Musik Jo, hi und herzlich willkommen zu meinem ersten Minecraft Let's Play. Okay, also, heute spielen wir irgendwas auf GOMMHT.net, wenn ich reinkomme. Das lädt immer noch. Ja. Ja, super, nicht mal voll, das passt, ja. Ah, noch kurz Bildschirm. Vergrößern, also, spielen wir Bad Wars. Ja, super, voll. Bildschirm hier. So. Oh, wähle dein Team. Rot, Gelb. Okay, das Spiel kann gleich beginnen. Nö, super. Und sollt, die muss der noch was auswählen. Hoffentlich geht's trotzdem, dass das Spiel startet. Jo, also, mit dem Freund mache ich dann, also, wo auch ein YouTuber, der TwoGameTV, den mache ich dann auch noch so zusammen. Also, ein Kanal, also, ein Kanal, wo wir zusammen benutzen. Hab gedacht, zack, schon mal im Voraus, dass ihr das dann wisst. Ja, super, besser als auch mal. Spaß, auch mal im Voraus. Super, besser kriege geht's. Ja, ich hab dich wohl schon mal alleine auf. ja komm jetzt geht's und geh mal weg da Das müsste er auch lagen. Dann. Das brauche ich nicht mehr. Dann. Stein. Dann. Dann. Brauche ich. Ein Schwer. Ja. Das sind nette. Hat der eine jetzt echt schon bogen? Wo hat der jetzt einen verzaugenden Bogen? Da ist der jetzt darüber geruscht. der Roche ich glaube ja schon von mir aber gell, mich greifen die jetzt nicht an, oder was? den weiss der nie so das mal anziehen falsche Koste da gibt es ja auch noch heißen das hier oben Koste Preußen der Eisenspender ich glaube auf der Map war ich schon mal ja, ok ne gut, die Map die Ruhe kommen aber auch eigentlich immer gut aber ich sage, ich muss das Eisen egal so, sollen wir ein anderes Bedwars-Team angreifen? oh, super auwe, jetzt bin ich runtergefallen irgendwie kann ich nicht pubert los spielen ich bin noch nie so gut da wie du vor allem nicht, wenn man unter Druck steht aber ich baue jetzt ja nur spitzhaft so so endlich oh, das kann ich ja da hin tun so kurz anziehen das kann ich ja da hin auf der spitzhaft nicht rüberraschen Bett kaputt machen und enden aha, hier ist der Eisen, ja und wer bitteschön stellt seine Truhe schon dahin echt wer ja ja ich kann schon wieder runter das kanns net sein so, bessere Ausrüstung so 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 und jetzt noch ein schwer jojo also oh, Glöcke brauche ich ja auch noch so dann brauche ich noch einen Spitzhaft ja ah ich sehe nie wehren ah, 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 ah ah, ah, ah jo so ja, vielleicht könnt ihr mich auch besser hören also im Moment nehme ich noch mit Herze da auf, dann komm ich wie wieder jemand gestorben super, zur folgenden kann kann ich einfach mal von dem Bettappau da wurde ja gut das wurde schon abgebaut Oko 7 Gold ab so jetzt gehen wir mal 30 äh, fahr ich jetzt auch immer runter. Also, ich bin so scheiße, einfach nur hin. Und das schon wieder. Ja, zerstört. Das glaubt man ja kaum, wie schnell sind die Beter da zerstört bei denen? Aber egal, unser Bett wird nicht zerstört. Nein? Aha, ja, das habe ich gerade zerstört. Nein, hoffentlich nicht zerstört werden. Den Angreifer müssen wir töten. So. Passt schon. Ah. Endlich. Ah, ah. Ah. Dann eins. Das ist soweit. Ich glaube, brauche ich Gold. Super, jetzt habe ich es auch noch falsch gemacht. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, nein. Hier Eisen. Kann man hier noch. Das ist ja super. Eins, das und das. Ich glaube, das ist ja ... Aber da müssen wir die auch noch Kinderleute dauern. Alter, wo bauen sich die hoch? Jetzt habe ich gewonnen, dann sage ich mal tschüss und bis zum nächsten Mal.